Herzlich Willkommen liebe Zuschauer, mein Name ist Dominik Kettner von Kettner Edelmetaller. Schön, dass Sie unser Video eingeschaltet haben. Wir werden Ihnen heute die komplette Serie der Gold Libertats von der 20. Unze bis zur 1 Unzen Münze vorstellen und zwar in der Stempelglanzvariante aus dem Jahrgang 2015. So und hier sind wir auch schon und dann haben wir unseren Schatz vor Augen. Es ist so, dass wir hier die Münzserie je nach Stückelung aufsteigend sortiert haben und zwar haben wir hier die 1,20 Unze. Es ist so, dass Sie hier die 1,10 Unze sehen. Hier sehen Sie die 1,25 Unze, die 1,5 Unze und die 1 Unzen Goldmünze. Was gibt es zu den Libertats zu sagen? Die Libertats an sich sind eine mexikanische Goldmünze, das sollte man vielleicht schon mal wissen. Die Casa de Moneda de Mexiko gibt die Münze seit 1981 heraus und die Stückelung der halben Unze und der Viertel Unze und der 1 Unze gab es von Anfang an und seit 1991 kam dann noch die Stückelung der Zehntel Unze und der Zwanzigstel Unze dazu. Was sieht man auf der Münze? Sie sehen hier im Vordergrund und auf dieser Stückelung vielleicht sogar noch etwas besser, sehen Sie die Siegesgöttin und zwar steht die auf einem Sockel im Vordergrund vor zwei Vulkanen. Auf der Rückseite sieht man dann das mexikanische Wappentier, das ist im Prinzip ein Adler und eine Schlange zwischen zwei Krallen, das sieht man hier in der Mitte und außenrum sieht man es dann in verschiedenen Variationen und der Libertat hat eine Besonderheit, ähnlich wie der Krügerand oder genau wie der Krügerand hat er im Prinzip keinen Nennwert, das heißt mit dieser Münze können Sie tauschen, Sie haben den Goldgehalt, der den Münzwert festlegt, aber es ist kein gesetzliches Zahlungsmittel, was auch Vorteile mit sich bringt. Das Schöne ist daran, dass der Libertat eine Feinheit von 999,9 hat und damit ist der Libertat natürlich, ich sage jetzt mal im Vergleich zum Krügerand, noch etwas interessanter. Die Durchmesser der Münzen sind bei 34 mm bei der Unze, bei der halben Unze bei 29 mm, bei der Viertelunze sind sie bei 23 mm und seit 1991 ist es so, dass die Millimetergrößen etwas abweichen, das heißt, wenn Sie vom Jahrgang her neuere Münzen erwerben, genau wie die Serie hier, dann sind die jetzt nicht mehr 34, sondern 34,5 Millimeter groß und die hier sind 29 mm groß, also es ist geblieben und die haben auch den gleichen Durchmesser. Was neu dazu kam, waren die Zehntelunzen mit 16 mm und die Zwanzigstelunzen mit 13 mm. Vielleicht noch für diejenigen, die noch neu in dem Edelmetalljargon sind, eine Zwanzigstelunze entspricht 1,56 Gramm oder eine Zehntelunze entspricht 3,1 Gramm, eine Viertelunze 7,78 Gramm, eine halbe Unze 15,53 Gramm und eine eine Unze 31,103 ungerade. Genau, soviel schon mal zu der Münze an sich. Was ist das Interessante am Libertat? Der Libertat hat im Verhältnis zu vielen Anlagemünzen ein besonderes Mysterium und zwar ist er jedes Jahr sehr schwer zu erwerben. Es ist so, dass wir immer noch eine kleine Auflage, eine kleine Menge aus Mexiko geliefert bekommen und die Münzen sind auch mal sehr schnell ausverkauft. Die 2015er haben wir jetzt aktuell im Onlineshop noch in einer verhältnismäßig großen Menge. Bei den 2016er Münzen scharen die meisten Anleger schon die Hufen und sind schon am suchen, ob es sowas gibt. Wir werden die auch Ende November, Anfang Dezember ins Sortiment bekommen, die ein Unzen zumindest und dann empfehlen wir selbstverständlich, dass Sie, wenn Sie diese Münzen suchen, schnell reagieren, da die Münzen meistens schnell ausverkauft sind. Die Münzen werden alle in Münzkapseln von uns geliefert und damit sind wir auch schon wieder am Ende. Ich hoffe, die Informationen reichen Ihnen aus, um für sich eine Entscheidung zu fällen. Wir lieben die Münze, es ist ein sehr schönes Motiv in unseren Augen und durch die matte Oberfläche kommen die Höhen und das Relief auch wirklich schön zur Geltung. Vielen Dank. Wir hoffen, Ihnen hat unser Video gefallen und wir konnten Ihnen viele wertvolle Informationen liefern. Es würde uns freuen, wenn Sie uns dafür ein Like hier lassen oder unseren YouTube-Kanal abonnieren. Selbstverständlich freuen wir uns auch, wenn hier Kommentare und Anregungen unten in der Box angegeben werden. Wenn Sie Fragen haben oder eine Beratung wünschen, rufen Sie gerne mich, Dominik Kettner oder meinen Vater Jürgen Kettner an. Bis zum nächsten Video. Auf Wiedersehen.